guten tag seid gegrüßt hier ist bernd von einem saxophon youtube channel einem saxophon channel auf youtube ich mache für euch heute neues video zum thema tonleitern wir hatten ja schon ganz viele tonleitern zusammengespielt ich habe euch ja bis zwei vorzeichen habe ich euch gezeigt wir haben g-dur gemacht d-dur gemacht a-dur glaube ich haben wir auch gemacht bin mir nicht sicher ich glaube a-dur kommt noch und wir haben f-dur gemacht eine b-tonart und so halb haben wir auch schon b-dur gemacht und zwar hatte ich euch das in einem video auf dem tenorsaxophon gezeigt wenn ihr bei altsaxophon spielt dann ist dieses video genau das richtige für euch wir machen heute b-dur und zwar zeige ich euch die griffe nochmal mit dem altsaxophon und das ist für euch altisten deshalb gut weil ihr könnt direkt mitspielen und ihr könnt hören ob das stimmt was ihr spielt also das ist gar nicht schlecht wenn ihr das gleiche instrument dann zum üben nehmt ihr könnt natürlich die griffe auf dem tenor die sind ja gleich da könnt ihr auch mit dem tenor video üben das ist kein problem aber es ist irgendwie doch besser wenn man wenn man das gleiche instrument dann hat deshalb mache ich das für alt und tenor okay ich muss jetzt gerade mal hier moment okay ist das einstellen die b-tonarten sind für viele saxophonisten gerade für anfänger sind nicht so schön viele mögen die gar nicht warum ist das so das kann ich euch erklären das liegt an der art der griffe oder an der art des instruments wenn ihr zum beispiel einfaches beispiel wenn ihr ein gis spielt dann denkt ihr okay ein gis ist ein g mit einem kreuz davor so wird es in den noten aufgeschrieben ganz einfach man kann sich gut merken gis gg gis kommt von gg wird geschrieben g man sieht das g in den noten und kreuz davor also kann man ausgehen von dem ggriff das ist das g und dann brauche ich noch ein kreuz dazu also noch irgendeine klappe dazu das ist das gis so und dann habe ich das gis logisch easy klappt jetzt habt ihr aber da in den noten vielleicht ein ass stehen also ein a mit einem b davor das heißt das a wird ein halb ton tiefer das ist der gleiche ton wenn ihr den hört das der gleiche ton wie das gis ist aber in den noten anders geschrieben so warum macht man sowas blödsinn das kommt immer auf die tonart an manche tonarten haben eben ein ass statt ein gis das ist so das ist eine b tonart da gibt es kein gis drin da gibt es dann ein ass okay jetzt ist es aber viel komplizierter wenn ich ein a in den noten sehe mit einem b davor dann denke ich ja erst mal an den a griff so a mit einem b was ist das denn also ich denke dann erst mal nicht an das g mit noch einem ton ist aber dasselbe griff also as ist der gleiche griff wie gis jetzt müsst ihr euch das einfach merken wenn ihr vielleicht ein bisschen in den neuen tonarten in b tonarten übt oder vielleicht auch stücke in den b tonarten spielt dann müsst ihr irgendwann müsst ihr es abspeichern wenn ihr da ein ass seht dann wisst ihr das ist ein gis muss man einfach lernen fertig und für viele ist das ungewohnt man lernt wenn man saxophon anfängt zu lernen lernt man immer zuerst mal die kreuze kennen man lernt vielleicht das erste vorzeichen was man kennenlernt ist das fis das lernt man wenn man g dur lernt dann kommt ein cis dazu das lernt man wenn man d dur lernt vielleicht lernt man dann auch noch a dur da ist da noch ein gis drin aber die erste b tonart ist das f ist f dur mit einem b hier drin das geht auch noch das kann man sich auch noch ganz gut merken aber dann wenn b dur kommt dann wird es für viele so ein bisschen seltsam weil da kommt nämlich auch noch ein s da drin vor hier in b gibt es zwei bs das b hier vorne und ein s das ist hier und beim s das ist genau so ein beispiel für diese verwirrung die man hat wenn man bs denkt und zwar ist ein s ist auch gleichzeitig ein dis ein dis ist logisch weil da gehe ich vom d dgriff aus wie beim g hier oben das beispiel und muss eben noch ein kreuz dazu nehmen noch diese dis klappe dann habe ich ein dis wenn ich aber ein s sehe in den noten dann denke ich ja erstmal das ist ein e mit einem b wo ist das b her also es heißt e ein halb ton tiefer das s also ist wieder das dis total durcheinander okay muss man sich einfach merken wenn ihr wisst wenn ihr b durchspielen wollt dann wisst ihr da sind zwei bs drin ein b hier vorne und ein s hier das wie das dis ist abspeichern merken fertig gut und jetzt spielen wir das mal jetzt machen wir erstmal die normale oktave oder die obere oktave wir fangen hier bei dem b an das heißt ich brauche hier für das b nur ein finger das ist ja das h hier und ich nehme diesen kleinen kleine klappe unter dem h die nehme ich noch mit also ich greife das mit einem finger mit dem zeigefinger da fange ich an das ist mein b gehe ich nach oben nach dem b kommt c dann kommt das d mit oktav klappe diesmal danach kommt das dis was aber in unserer tonart jetzt s heißt der kleine finger dazu und nach dem s das müsst ihr euch auch merken dass es bei bedo ein bisschen kompliziert da müsst ihr hier drei finger nach oben drei finger heben also vom s muss ich zum f das die bewegung bisschen ungewohnt und die müssen am besten damit es wirklich gut klingt müssen die gleichzeitig hoch also nicht nacheinander so nicht gut dann sind wir beim f dann kommt g a und das hohe b jetzt machen wir das wieder von oben nach unten bis f ist kein problem dann umgedreht jetzt vom f müssen wir zum s das heißt die drei finger kommen gleichzeitig wieder drauf der ist auch wichtig und jetzt muss der kleine alleine wieder weg dann c hier vorne ohne oktav klappe und der letzte b wir machen das mal zusammen ganz langsam also ich fange hier an dann gehen wir nach oben und wieder runter jetzt können wir auch noch eine oktave tiefer spielen das auch kein problem bedo ist eine tonart die liegt auf dem saxophon sehr gut die kann man über zwei oktav spielen das geht nicht mit jeder tonart bei bedo geht es sehr gut jetzt gehen wir wieder hier beim b bei diesem normalen b ohne oktav klappe gehen wir wieder los dann gehen wir nach unten und die griffe sind genau gleich bis auf die letzten zwei töne die sind anders das zeige ich euch gleich auf dem weg nach unten und jetzt brauchen wir tiefes c das ist hier der wir hatten ja hier dass dies also falsch das s natürlich und das c ist natürlich der untere da und jetzt brauchen wir noch ein tiefes b das tiefe b ist die klappe hier das die tiefste die schwerste die größte klappe sieht man hier bewegt und dann ist alles zu am saxophon alle klappen sind geschlossen das saxophon ist nur noch ein langes großes rohr ja das ist leider kompliziert hier oben das c ist gegriffen und ihr müsst wirklich mit dem kleinsten finger hier oben im kleinen finger mit dem pinky müsst ihr hier auf die größte klappe runter bis sind auch so abspreizen den finger dass es geht dass ihr hinkommt oder wenn euer finger zu kurz ist dann könnt ihr auch die hand ein bisschen drehen da kommt ihr auch hin also ich hatte schon schüler so achtjährige schüler und schülerinnen mit kleinen händen die haben auch die konnten ein b spielen also ist keine entschuldigung wenn man kleine hände hat dass man sagen kann ja ich komme da nicht hin stimmt nicht man kommt hin wenn man will bisschen die hand drehen dann geht's ok jetzt könnt ihr das üben das könnt ihr schön hier vom tiefen b zwei oktaven nach oben wieder runter immer ein bisschen üben und ich mache bald auch ein video das nächste video was kommt ist das wahrscheinlich wo ich euch dann noch ein paar übungen zeige für b dur oder vielleicht spielen wir auch noch so kleine kinder liedchen mit b dur ich hatte ja vor ja das vorletzte video oder so war das hatte ich euch gezeigt wie man mit kinderliedern tonarten üben kann also ihr spielt ein ganz leichtes kinderlied was ihr wirklich gut könnt was ihr im kopf habt die melodie ist safe und dann nehmt ihr das einfach und spielt das in verschiedene tonarten rein also die tonarten die ihr üben wollt und dann könnt ihr die tonart mit hilfe dieses leichten kinderliedes üben das ist eigentlich eine super idee und ihr lernt auch transponieren direkt ihr kennt das lied in der einen tonart geht in die andere tonart dann lernt ihr schneller transponieren könnt ihr ihr lernt schneller denken vor allem gut ich hoffe euch hat das video gefallen ihr konntet einiges lernen und genau wenn ihr euch das gefallen hat dann gebt mir gerne einen daumen nach oben ihr könnt mir einen kommentar unten reinschreiben wenn ihr fragen habt wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt wie lange ihr spielt was ihr spielt was euch spaß macht oder ihr könnt mir natürlich anregungen geben welche videos ich machen soll und ich werde jetzt auch demnächst wieder mehr videos machen ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr zeit und vielleicht habt ihr eine idee was ich machen soll oder was ihr gerne lernen wollt und dann kann ich das vielleicht auch machen ja gut alles klar dann viel spaß beim üben wir sehen uns bestimmt im nächsten video macht's gut euer bernd tschau